Howdy, liebe Filmfressenfamilie. Wir widmen uns endlich mal einen Western, und zwar einen modernen Western aus dem Jahr 2016 von Regisseur Martin Kohlhoven. Ja, was ist denn da los? Ja, ein, wie ich finde, sehr gelungener Beitrag. Ich liebe diesen Film, ich finde den fantastisch. Peter hat ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Und Kochfilms hat uns dieses fantastische Mediabook zur Verfügung gestellt. Ekelhaft. Ich sag nur, lieber Gott, erlöse uns von schlechten Filmen. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolut empfehlen. Und der Peter. Und der Manuel. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es kreist einen eigentlich mit. Willst du mal die? Moin und herzlich willkommen zu eurem, unserem Lieblings-Filmkanal. Und wir sprechen jetzt endlich über Brimstone. Ja, wurde auch Zeit, fünf Jahre ist es her. Ja, also ich hab den nicht vor fünf Jahren gesehen, aber schon vor ein paar Jahren. Und irgendwie haben wir da nicht drüber gesprochen. Ich hab den bis heute nicht gesehen. Ich meine, ich hab den bis gestern nicht gesehen. Ja, Kochfilms hat hier ein sehr schickes Mediabook rausgebracht. Du hast ja ein fantastisches Unboxing gemacht, wie ich gesehen habe und gehört habe. Ja, hier kann man sich das mal reinziehen. Und jetzt sprechen wir über den Film. Ich kannte den ja schon und bin großer Fan. Ich glaube, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Liegt sogar daran, dass wir damals noch keinen Podcast hatten. Ich bin mir nicht sicher. Okay, seit Podcast existiert bei uns, reden wir auch erst über Filme. Nee, aber vorher einfach auch, er hat es nie in ein Video-Review oder in Sonstiges geschafft. Oder in ein persönliches, privates Gespräch. Nee, das stimmt nicht. Da hab ich bestimmt schon mal was zu gesagt. Ey, ganz ehrlich, für mich war der völlig komplett unterm Radar gelaufen. Ich hab noch nie was von diesem Film gehört. Ich hab ihn auf jeden Fall mal im Kontext zu, mit Five Fingers for Marseille oder of Marseille, for Marseille, hab ich ihn auch mal genannt, als coolen, modernen Wester. Okay, gut. Ja, ja, ja. Und jetzt haben wir diesen Film, soll ich kurz sagen, worum es geht und du bringst dann deine Einschätzung? Ja. Also, wir sehen am Anfang eine Familie und das ist Mama, Papa, Kind. Die Mutter ist stumm. Mama, Papa, Kind, Kind, ne? Ja, okay. Auf jeden Fall, die Mutter ist stumm und die gehen in eine, wie nennt sich das, hier, Brainwashing-Messe. Genau. Und sind dann in der Kirche, aber der neue Reverend ist da. Und sie sieht den neuen Reverend. Guy Ritchie. Genau, der wird von Guy Ritchie gespielt. Nein, von Guy Pearce. Und übrigens sehr unterschätzter Schauspieler, sprechen wir nachher drüber. Und der spielt diesen Reverend und sie sieht den neuen Reverend und ist total schockiert. Und wir wissen gar nicht, warum. Doch. Anscheinend, also wir werden das später erfahren. Ja. Wir wissen das jetzt, weil wir den Film gesehen haben. Ne, aber wir wussten vorher auch schon, sie hat ihn auf jeden Fall erkannt. Richtig. Richtig. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Hab ich ja schon gesagt. Ecke. Es ist fies, ne? Ja, ist er. Sehr fieser Film. Ich mag den Film. Ich finde ihn richtig geil. Es hätte mich gewundert, wenn er dir nicht gefällt. Naja, wo soll man anfangen? Also ich lasse jetzt erstmal, da können wir gleich gerne noch drüber reden, was so die schauspielerische Leistung und so angeht. Aber ich möchte, als erstes möchte ich mal die Struktur erwähnen. Bei Guy Pearce ist es nicht ungewöhnlich, dass er schon wieder in einem Film mitspielt, der quasi rückwärts erzählt wird. Ja, okay, nicht linear zumindest. Genau, aber ja gut, bis aufs letzte Kapitel halt quasi rückwärts, was genial ist, weil sich dann halt so Schicht für Schicht halt quasi alles aufklärt. Die Spannung nähert sich daran. Genau, weil wir kriegen halt bestimmte Informationen in jedem Kapitel geliefert und dann fragen wir uns die ganze Zeit, okay, wie ist es dazu gekommen, wie ist die Verbindung und dann kriegen wir das im nächsten Kapitel gesagt und denken so, krass. Und dann kriegen wir da ja auch wieder neue Informationen und im nächsten Kapitel wieder so, oh mein Gott. Und das setze ich halt den ganzen Film durch. Dann, hinzu, ich bin der große Western-Feld, Feld, Held, Western-Fan. Für mich bist du auch der Western-Held, Peter. Ja, Dankeschön. Und ich bin sehr erfreut, mal wirklich einen richtig geilen, modernen Film hier geliefert zu kriegen, der so viel mehr ist als ein moderner Western, weil der ja gleichzeitig auch Drama ist, der hat Thrill-Elemente drin, der hat Kritik drin, Sozialkritik drin, weil es hier sehr viel um Frauenfeindlichkeit geht. Es geht um Religion, in Anführungsstrichen, Kirche, falsche Propheten und die Perspektive ist halt auch mal eine ganz andere. Also zumindest nicht das, was so groß vertreten ist, die weibliche Perspektive. Kriegen die ganze Geschichte hier aus der Sicht einer jungen Dame. Dakota Fanning. Genau. Also zumindest im älteren Stadion. Genau, muss ich auch sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist die, aber zwischendurch auch irgendwie mal, nee, die sah irgendwie anders aus, aber fantastisch auch von ihr natürlich transportiert. Und dazu dann natürlich die Setting, wir haben hinten raus dann, beziehungsweise wir haben eigentlich alle Settings, die wir in Western verarbeitet haben, drin. Also zumindest was Jahreszeiten angeht, Wüste, Kleinstadt. Verschneit. Genau. Und das ist von daher inszenatorisch dann halt auch wunderschön eingefangen. Ich finde es sehr interessant, wie ihr mit der Kamera arbeitet. Die Kamerabilder sehen fantastisch aus. Wir haben teilweise Vogelperspektiven, was so das, die göttliche Perspektive vielleicht auch so ein bisschen andeuten möchte. Wir haben Symbolismus ohne Ende drin. Symbolik oder Symbolismus? Symbolik. Ja. In sehr fantastischen Bildern und wir haben viel Foreshadowing, was ich sehr cool finde. Ja, ich finde die Struktur genial, weil sie eben für eine unfassbare Spannung sorgt. Das Handwerkliche ist topnotch. Das Drehbuch ist bis ins Detail ausgefeilt. Das lässt keine Wünsche übrig. Dann haben wir die Kameraarbeit, hast du gerade genannt, habe ich auch schon genannt. Die Bilder sehen super aus. Die Inszenierung ist top. Die Musik ist super. Die Musik transportiert auch nochmal einiges, unterstreicht einiges. Und wir haben dann die Schauspieler. Und da haben wir noch nicht mal über die Story an sich gesprochen. Aber das ist einfach alles optisch, audiovisuell ist das schon mal ein Hammer. Dann kommt noch der Inhalt. Ich bin sowieso, das ist so ein bisschen Kritik an der Kirche vielleicht. Ein bisschen. Sagen wir an Männern der Kirche. Ich bin ja sowieso kein Kirchenfreund. Ich stehe nicht so auf Frauenhass und Pädophilie. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ja, ist von wenigen das Ding. Ja, genau. Und das ist auch gut. Und hier haben wir wirklich, also Guy Pearce, möchte ich mal kurz sagen, sehr unterschätzt. Insgesamt unterschätzter Schauspieler. Der kann abliefern. Der hat ja glaube ich schon auch in Lawless, der kann fiese Rollen spielen. Der kann aber auch der Held sein. Und der spielt einfach sehr, sehr gut. Und er wird bei den sehr guten Schauspielern sehr wenig genannt. Und hier, unglaublich. So hassenswert. Der Film ist sehr emotional. Also du sagst auch schon, es ist ein Drama. Er hat mehrere, nicht nur ein Western. Es ist weit mehr als ein Western. Manche sagen auch Horror. Ich verstehe das aus einer gewissen Sicht, weil das manchmal sehr Slasher-mäßig ist. Ja, aber auch vor allem. Es ist eher Psychothriller. Ja, genau. So würde ich das sagen. Ich würde sagen, es ist ein Psychological Thriller, wie man in Frankreich sagt. Oder eben, also Horror-Elemente hat er drin. Aber der hat jetzt nicht, der ist kein Horrorfilm in dem Sinn. Nee. Es ist vielleicht so ein Horrorszenario für die Figur. Das auch. Und es gibt halt schon so ein paar Slasher-Anleihen, wenn dann halt der böse Mann im Dunkeln kommt. Und irgendwie, ja. Der Film, ein Schlag in die Magengrube, der geht zweieinhalb Stunden. Und die merkt man nicht, weil man irgendwie gebannt auf den Bildschirm oder auf die Leinwand oder egal über welches Medium man sich den da gerade zu Gemüte führt, man da einfach gebannt ist. Und der nimmt einen emotional mit. Das ist ein Film, der macht was mit dir. Ja. Der lässt einen nicht kalt. Ja. Der ist, wie du schon gesagt hast, strukturiert. Da baut jede Szene aufeinander auf. Es ist wirklich, das ist großes Storytelling, wie ich finde. Ja. Und er benutzt auch seine Figuren perfekt, weil jede Figur hier wirklich eine Bedeutung hat. Das finde ich sehr wichtig. Und wie gesagt, für mich ist halt der krasse Mehrwert, dieses ständige Aufdecken von Fragen, Aufklären von Fragen, die wir uns zwischendurch stellen. Und dann diese, die Auflösung quasi dann so als Pörnte und das halt Armband. Und damit meine ich jetzt nicht so übertrieben, wie da jetzt hier bei Marvel da Witze abgefeuert werden. Sondern hier für das Vorantreiben der Geschichte halt auch nützlich. Ja klar, das sind bedeutungsvolle Szenen. Ja. Und also fast jede beantwortete Frage ist auch gleichzeitig ein Hammer ins Gesicht. Ich kenne keinen Film aus den vergangenen Jahren, der so ist. Der so viele Genres bedient. So perfekt halt Drehbuch mit Figur, mit Schauspiel und dem ganzen Handwerklichen kombiniert. Und gleichzeitig emotional mitnimmt irgendwie. Also die Sache ist halt ein sehr, sehr guter Film. Aber den einfach mal so, das ist jetzt nicht so für einen Familienabend so der passende Film. So an einen Heiligabend so mit der Familie. Oh, wir gucken mal, Brimstone. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja, da würde er, glaube ich, wirklich nicht passen. Weil da wirklich ein Tritt in den Schritt ist. Ja. Und danach noch einen Schlag in die Magengrube und dann noch einen Uppercut. Wenn man sich gerade vor Schmerz krümmt, kriegt man noch einen Uppercut und fällt dann hinten über. Der setzt immer noch mal einen drauf. Und wird dann noch von einem Bus überfahren. Ja. So ist es. Aber ich liebe das. Ich finde es total geil. Ja. Und dann hat er natürlich auch noch ein ganz verdammt fieses Ende. Wobei es dann auch wieder so ein bisschen positiv ist, weil es halt den größeren Kontext sieht. Weil es ja quasi auch um Fortschritt geht. Also was das Gedankengut angeht. Ja. Um die Überlieferung von Werten. Wenn man es mal so ganz simpel runterbricht. Ja, ja, genau. Und im Prinzip ist es ja schon dann irgendwo ein feministischer Film. Weil Frauenverachtung in der Zeit vor allem natürlich, aber auch heute immer noch präsent. Vor allem halt auch in Kirche oder auch in religiösen Vereinigungen teilweise. Oder auch im Job oder auch in Familie. Also wenn man Patriarchat nennt und so. Das ist ja nicht nur als System generell gibt, sondern auch eben als Struktur, in einer familiären Struktur. Da ist das auf jeden Fall, das ist die Aussage. Darum geht es. Sich da weiterentwickeln. Auflehnen und das aufzeigen. Auflehnen dagegen. Ja. Und das in so einem unglaublich guten Film. Ja. Und ich fand das echt eine Tour de Farce. Farce. Ich weiß nicht. Wechselbarte Gefühle. Immer wieder so ein bisschen erleichtert, um dann halt auch wieder wirklich vom Kopf geschossen zu werden. Und nochmal mehr schlucken zu müssen. Deshalb meine ich halt ekelhaft, weil es hier wirklich sehr schwer. Und damit meine ich jetzt keine physische Gewalt unbedingt. Die kommt natürlich auch vor. Aber emotionale Gewalt halt. Psychische Gewalt halt. Ja, die psychischen Narben sind da tiefer als die körperlichen. Das geht einem dann teilweise echt nah. Unserer Hauptfigur, der Protagonistin fehlt die Zunge. Und da gibt es natürlich sicherlich schon auch mal ein paar Situationen, in denen man sich denkt, ja, okay, sie könnte sich ja trotzdem artikulieren. Aber es geht ja auch darum, dass es ja, wie du sagst, nämlich auch psychische Narben gibt. Oder halt emotionale Narben. Und sie wahrscheinlich deshalb auch gar nicht kann. Oder dass sie so geschädigt ist, dass sie dann viele Sachen gar nicht zum Ausdruck bringen kann. Ja. Und dazu würde ich auch, glaube ich, noch sagen, das ist ein Film, der sehr viel über seine Bilder und vor allem halt auch über Emotionen der Figuren halt erzählt. Blicke, Gestik, Mimik. Und das halt ohne Wort, ohne das gesprochene Wort. Das ist das, was du mit Storytelling meinst. Ja. Wir haben nicht nur die Dialoge, sondern verschiedene Ebenen. Genau. Und er nutzt alle Ebenen des Filmemachens. Ja, richtig. Wahnsinn. Ein guter Film. Ein guter Film macht das einfach, ja. Man kann mehr als nur Bilder, man kann auch mehr als nur Dialogen, man muss nicht alles tot erklären. Man kann trotzdem Fragen beantworten und man kann trotzdem nicht linear erzählen, ohne unnötig kompliziert zu sein. Und hallo Christopher Nolan. Wegen eines Films. Ja. Egal. Sorry, Chris. Also wir sind ja per du. Wir haben jetzt dieses fantastische Mediabook. Ich bin sehr froh, weil ich habe nur die MRA bis dato gehabt. Und Kochfilms meinte, wie, du hast nur die MRA. Manu, hier. Das geht doch nicht. Nehmt doch das Mediabook. Erzählt ein bisschen drüber, weil ich auch gesagt habe, ey, cool, dass ihr den rausbringt. Ich habe mich echt sehr gefreut. Ich weiß noch nichts über das Bonusmaterial, weil ich zum Unboxing dir diese Edition überlassen habe. Was kannst du mir denn und uns denn darüber erzählen? Nur Positives. Es handelt sich ja hierbei um das 4K-Mediabook. Das heißt, wir haben die 4K-Scheibe, wir haben die Blu-Ray und wir haben den Soundtrack. Was halt ein geiles Extra ist, weil der Soundtrack auch fantastisch ist. Ist auf jeden Fall natürlich, neben den üblichen Verdächtigen-Trailern, sind ein paar entfallene Szenen. Dabei muss ich sagen, okay, die Szenen, die tatsächlich entfallen sind, das war auch ganz gut. Bis auf eine Szene, die ich interessant gefunden hätte im Film. Und zwar war das, sie wurde ja quasi in einem Kapitel verkauft als junges Mädchen an ein Freudenhorst quasi. Und da gab es halt eine etwas ausgiebigere Szene mit den Einwanderern, mit den chinesischen Einwanderern, die sie traden quasi. Ansonsten waren es ein paar Extended Scenes. Ansonsten haben wir dann natürlich noch ein paar Interviews mit Guy Pearce, der Cota Fanning und Martin Kohlhofen. Sehr interessant. Bei den Schauspielern geht es natürlich hauptsächlich um die Erfahrung beim Dreh, ein bisschen über die Figuren. Beim Regisseur war es natürlich sehr interessant, so ein bisschen zu erfahren, wieso er den Film gemacht hat, wie er an diesen Film reingegangen ist und vor allem halt auch, was so seine Vorbilder sind. Das ist ja auch so ein Passionsprojekt von ihm gewesen. Er hat lange Jahre dafür gekämpft. Das habe ich gelesen, dass er, er hat es fast auch schon verkauft, die Rechte, an dem Film oder an dem Drehbuch, ich weiß nicht mehr genau. Und das hat irgendwann tatsächlich selbst umsetzen dürfen. Ja. Und das hat er auch genial gemacht. Dann haben wir noch ein Booklet, das muss ich sagen, das ist sehr ungewöhnlich ausgefallen. Also ich habe das auch bei Koch, meine ich, noch nicht gesehen. Die Struktur ist ja quasi, dass alle Mitwirkenden, also das heißt die Schauspieler, Regisseur, Produzent, meine ich auch, quasi eine Seite gewidmet bekommen. Okay. Dann haben wir ein Interview zu, mit Kohlhofen und wir haben dann halt auch noch die Tracklist für den Soundtrack. Also nicht nur der Film eine absolute Empfehlung, sondern auch das Mediabook von Kochfilms. Ja, Koch ist wirklich, was das angeht, perfektionistisch. Und genau so sind wir auch. Eure Meinung mal zu Brimstone und zu der Veröffentlichung gerne in die Kommentare. Kauft mal hier so Merchandise, so ein paar schöne Tassen oder hier so ein geiles T-Shirt, wie der Peter zum Beispiel anhat. Oder auch dieses T-Shirt hier von Ultratrash, kann man sich auch mal kaufen. Da verdienen wir nichts dran, aber der gute Flo von Ultratrash verdient da vielleicht mal ein bisschen was dran. Ist doch auch schön. Bis dahin, wir sind die Filmfressen, Peter. Und Manu. Bis demnächst. Wunderschönen Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah